So, da sind wir auch schon wieder. Also, ich habe mich geirrt. Es gibt hier ein Secret in diesem Bereich. Überall sonst sind wir aber fertig. Das heißt, wir decken noch den Rest auf. Die paar Fetzel, die wir gelassen haben. Also hier in dem Raum ist nichts mehr. Hier unten ist übrigens auch überall nichts mehr. Das hier hatten wir bereits alles. Hier in dem Raum ist nichts mehr. Und in dem Raum auch nicht. Hier war nur der Key und der Elite. Also der eine Weihwarn. So, dann gehen wir als nächstes hier oben lang. Und laden, weil ich jetzt zu doof bin, richtig zu laufen. Ich habe hoffentlich Quicksave gemacht. Hey. Ja. Also, ja, Quicksave. So, das ist fertig. Fertig. So, das hier aufdecken. Und ja, ich bin egal, einer, der die Karte so gut wie möglich aufdeckt. Das sollten aber diejenigen von euch, die meine Legend of Grimlock LPs gesehen haben, auch wissen. Und nicht überrascht sein. Den da können wir nicht aufdecken. Den können wir nicht aufdecken. Wir können allerdings hier hin, wo der eigentlich sein sollte. Also, der Elite wird den bekämpft sein eigentlich. So. Das heißt, das haben wir auch aufgedeckt. Wir können jetzt wieder zurückgehen. So, dann doch mal hier rein. So, einmal hier rumlaufen. Und da ist das Secret. Und das Secret ist scheiße. Ganz ehrlich. Nehmen wir es trotzdem mit. Jetzt sind wir wieder ein bisschen überladen, oder? Ein bisschen viel überladen. Macht ja aber nichts. Ich bin mal eher gespannt, ob wir es wirklich heute noch schaffen. Weil scheinbar kommt jetzt als letztes nur noch der Boss. Das heißt, hier wird gespeichert. Nämlich LP. Nämlich LP. Frage. Okay, Sonderzeichen gehen nicht. Ja, doch gehen. Aber... Ah, interessant. Nicht alle. Naja, gut. Naja, gut. LP Ende. Speichert. Es ist schon wieder dieser seltsame Kerl. Dungeon-Wächter. Du hast dir Zeit genommen, aber egal. Bevor, dass du hier bist, lass uns spielen. Okay, der Dungeon-Wächter. 12.000, äh, HP hat er. Und macht böse Sachen. Okay. 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 Bis jetzt bin ich genauso wenig von ihm beeindruckt, wie er von mir, habe ich das Gefühl. Okay, LRG-Explosion. Schleimbombe. Aha. D.S.C. ist hoch und scheiße. Energie-Explosion, das ist nicht so schlimm. Okay, Schleimbombe. Hey, wir haben die, wir sind der Schleimbombe ausgewichen. Irgendwie. NrG-Explosion. 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 Oh, ne Schleimbombe wieder. Oh, er ist da rüber gerannt, um mich zu blocken. Oh, naja. Muss ich für die Schleimbombe vielleicht einfach hinter ihn gehen? Einfach nachher gleich mal ausprobieren, wenn er sie noch mal zaubert. Oh, Energie-Explosion. Die will ich nicht abkriegen. Man merkt auch, dass es der letzte Boss ist. Es gibt keine Tipps mehr für den. Ach ja, bei der Schleimbombe einfach hinter ihn. Oh nein. Oh. Okay, halbes Leben habe ich schon geprügelt. Dann geben wir mal eine Schleimbombe. Hat uns nicht erwischt. Dafür müssen wir auf die Energie-Explosion aufpassen. Äh... Ja. Ja. Schleimbombe. Oh, der Energie-Explosion. Warum habe ich so das Gefühl, dass das da nicht das Ende ist, ey? Ja. So, jetzt wird's... Okay, die Schleimbombe hat mich wieder erwischt. Ich habe echt keine Ahnung, wie man der Schleimbombe ausweicht. Der teleportiert sich, okay. Ich habe ihn getötet. Irgendwie sagt mir das... Hölle, ich fühle mich schwach, was ist mit uns passiert? Scheinbar haben wir unsere Fähigkeiten und Erfahrungen verloren. Ja, sieht so aus. In das elektrische Zeug zu treten hat den ähnlichen Typen getötet und auch ein wenig. Und uns auch ein wenig. Okay. Sind wir jetzt... Welches Level haben wir jetzt? 15. Okay. Warte mal, was ist mit unseren Skills? Sind weniger geworden. Hihi. Okay. Es gibt kein Versuchen. Äh, ja, Yoda. Kieselstein. Okay. Langt euch das Affen. Armbrust der Hyäne. Ein Oblivionstein. Ja, toll. Das heutzutage, was ich damit machen kann, ist... ...meine Rewards zu erhöhen. Du hast sechs. Du müsstest jetzt sieben haben, ja. Ja, hier war ein Button mit noch einem Oblivionstein. Da ist wieder so ein Ding. Er ist... Er ist zurück und lebendig. Ja, das sieht man. Überrascht. Kommst du dich besichern? Das kannst du besser. Er hat aber auch Überlebenspunkte verantwortet. Ahem.